Die Hake. Sie ist gut zum Haken, aber etwas aufzuheben wird mit ihr zur Qual. Das ewige Bücken, das Strecken und all die vielen Probleme. Gibt's denn keine bessere Lösung? Doch, jetzt gibt es eine. Die Wunderhake 5000. Die einzige Hake mit super Greifsystem. Mit der Wunderhake 5000 wird das Aufheben kinderleicht. Ihr patentierter Multifunktionsgriff macht Gartenarbeit zum Vergnügen. Die Wunderhake 5000 kann einfach mehr als jede andere handelsübliche Hake. Die Wunderhake 5000 hebt Blätter auf. Unkraut. Gras. Pflanzenreste. Torf. Stöcke und Zweige. Rasenstücke. Kleine Äste. Mittelgroße Äste. Sonnenblumen. Tannenzapfen. Dreck. Tulpen. Müll. Nassenmüll. Nasse Blätter. Rosenzweige. Heu. Nasses Heu. Bienenkörbe. Löwenzahn. Eicheln. Insektenkokons. Baumrinde. Grünes Steinmus. Holzspäne. Große Steine. Kies. Mittelgroße Steine. Federn. Tannenzweige. Dünne Zweige. Zweige mit Blättern. Dünne Zweige mit Blättern. Dünne Zweige mit nassen Blättern. Tannenzapfen. Verwelkte Blumen. Tannennadeln. Tannenzapfen. Kirschblüten. Gestrüpp. 200 Bleistifte. Ziegelsteine. Flieder. Beeren. Flieder und Beeren. Haben wir Tannenzapfen schon erwähnt? Vertrocknetes Gras. Nasses vertrocknetes Gras. Diverses Gestrüpp. Luft. Vogelnester. Ambosse. Die Wunderhake 5000 ist das beste Gartengerät aller Zeiten. Und jetzt bekommen Sie sie für nur 39,95. Verpassen Sie dieses sensationelle Angebot nicht. Bestellen Sie noch heute.